Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich wollte gerade schon sagen Feed the Beast, nein natürlich Surviving Mars. Und in der letzten Folge haben wir diesen Weltraumlift hier gebaut und ich glaube es ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee hier Edelmetalle zu exportieren, wenn wir selbst keine haben. Das Ding hier ist gebaut, dann können wir das hier abreißen. Denn der Plan war ja, nachdem hier die Ingenieure aus dem Boden sprießen, dass wir hier ein bisschen Produktion aufbauen. Und zwar, wo ist sie denn? Spitzengebäude? Ah ne, das ist nicht hier bei den Kuppelgebäuden, obwohl es ein Kuppelgebäude ist, das ist tricky. Genau, hier, bam, Elektronikfabrik. So, dann haben wir hier die geballte Kompetenz. Wenn das nicht mal der Wahnsinn ist, dann weiß ich es auch nicht. Und hier oben bauen wir dann Edelmetalle ab. Das bedeutet, wir brauchen hier für die Häuser, erstmal Häuser. Also Wohnquartiere. Zack. Dann auch wieder ein Essens, also ein Lebensmittelgeschäft. Zack. Ja, Krankenhaus haben wir hier. Ja, eine Polizei, so wegen Edelmetallen und so, da sollte besser nichts abhanden kommen. Nennen wir es mal so. Wobei, wir haben hier gar kein Riesenkrankenhaus, ne? Vielleicht machen wir eine kleine Klinik hin, falls jemand, keine Ahnung, beim Abbau irgendwie einen Husten bekommt oder ja, irgendwas anderes, was halt nicht so schlimm ist, im Stollen verschüttet wird oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit halt, ne? Dann sollten wir ja besser ein kleines Krankenhaus da haben. So. Das ist auch eher nur durchschnittlich, aber hey. Durchschnitt reicht. Okay, wir haben hier ganz schön gute Meteoriten Protection eigentlich auch. Hier jetzt auch. Das Ding ist auch aktiv, sehr schön. Wir haben die ganzen Edelmetalle wieder rausgeholt. Die liegen jetzt wahrscheinlich hier im Lager. Ja, genau. So. Oh. Oh. Wir haben ja, wir haben ja noch Passagiere. Ha. Ja, die hab ich jetzt mit Sicherheit nicht vergessen. Oh, es werden tatsächlich gut mehr. Wobei, was heißt gut mehr? Das sind die wahrscheinlich eingerechnet, oder? Oh, nee, die waren nicht eingerechnet. Ach, krass. Oh, da werden sie wirklich gut mehr. Sehr schön. Oh, hier ist voll. Die müssen jetzt schon ausweichen auf andere. Okay, das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Wo sind denn... Die Gebäude hier. Hallo? Ich werde mich niemals zurechtfinden. So, dann bauen wir doch noch mal zwei Apartments. So. Aber es gibt ja genug Platz. Das heißt, hier wohnen jetzt auch welche. Und da oben wohnen vielleicht auch welche. Ja, doch. Ja, ja. Ähm, hier können wir Edelmetalle abbauen. Das ist auch sehr schön. Das bedeutet, wir bauen hier ein Edelmetall-Depot hin. Da so. Und die ziehen am besten alle da nach oben. Und hier unten... Warum... Warum sind hier Mediziner? Haben wir zu viele Mediziner? Oha. Gut, aber sobald das Krankenhaus fertig ist, können die alle dann da arbeiten. Passt schon. Hier erstmal klicke ich drauf, weil ich denke, ich sehe dann, wo die Meteoriten einschlagen. Wahrscheinlich wieder hier irgendwo. Wie immer. Hier ist noch was, was nicht untersucht ist. Was soll das? So. Ja, hier unten. Alter. Weißt du, der ist nicht mal Botaniker-Manager hier ganz von alleine. Er hat hier gigantische Lebensmittelvorräte angehäuft. Hier alles voll. Der Typ ist einfach krass. Der ist einfach nur krass. Okay, zwei Botaniker. Hab ich auch schon besser gesehen. Ingenieure. Sieht eigentlich ganz gut aus mit Ingenieuren. Aber jetzt haben wir halt die auch schon angefangen zu bauen. Na, es hilft nichts. Damit müssen sie jetzt leben. Aber jetzt haben wir noch 15 elektronische Kräuter. Okay. Ach, was. Ach so. Kommen die von da nach da. Die fliegen mit den Shuttles hier rum, die Leute. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Cool. Und die Kuppel hier sieht auch ziemlich nice aus. Gefällt mir hervorragend. Anomalyse analysiert. Gut, noch ein paar Forschungspunkte for free. Das ist auch immer schön. Das Ding können wir wieder wegschicken. Tschüss. Zieh dich. So, die Katastrophe ist bald da. Das ist schon in Ordnung. Ja. Ein bisschen mehr Forschung. Ein bisschen mehr Forschung. Ja, gut. Wir haben eigentlich für den Moment genug Ingenieure. Wir könnten mal wieder auf Wissenschaftler umsatteln. Ich glaube, das ist gut. Da fehlen nämlich jetzt momentan am meisten. Ingenieure, äh, Wissenschaftler und Offiziere. Offiziere ist, glaube ich, nicht so wichtig. Also, wir haben jetzt keine massiv erhöhte Kriminalitätsquote. Und wir müssen jetzt wegen den zwei, drei Typen, die hier mal ein paar Äpfel klauen. Äh, oder vielleicht auch mal ein Chick-McNugget von der Freundin. Wegen den Leuten müssen wir jetzt nicht unbedingt hier einen gigantischen Überwachungsstaat einführen. Gut, wir haben hier einen Obdachlosen. Warum auch immer. Wir haben hier genug Wohnungen. Aber keinen Arbeitslosen. Das ist schon mal sehr gut. Wurde da schon wieder einer abgeliefert? Ich finde das cool. Ja, ich glaube, da sind jetzt ein paar ausgezogen, die jetzt lieber hier arbeiten. Wenn ihr meint. So, wir können hier das Upgrade noch bestellen. Hier ist das Upgrade auch noch nicht drin. Dann können wir es hier auch bestellen. Plus 25% Produktion. Wenn wir die Energie haben, dann go for it. Äh, 60 haben wir jetzt hier. Okay. Wie wäre es denn, wenn ihr mal ein paar Extraschichten einlegt? So, vorübergehend. Nur vorübergehend. Wirklich. Ganz ehrlich. Hier sind dann die Depots für die Endprodukte. Falls das Ding irgendwann mal fertig wird. Okay. Gut, also ich sage mal logistisch gesehen sind wir jetzt besser aufgestellt. 20 Prozonen. Ja, jetzt ist die Frage. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht unbedingt. Also Beton. Klar, es produziert quasi unendlich Beton. Aber so ultra wichtig ist es jetzt nicht. Aber das hier. Ich würde sagen. 50 Metall, 20 Edelmetall. Das hier macht 12 Metall. Und das hier macht 5 Edelmetall. Also es ist schon enorm. Wenn wir das hier so hinbauen. Da so. Oder? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben wohl noch keine 300 davon. Aber den Rest hätten wir schon mal. Und dass es eine gute Idee wird. Ich habe Angst. Oh. Wir haben das nächste Wunder gebläst. Oh mein Gott. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Okay, wir haben echt Probleme mit den Elektronik-Geschichten. Äh, vielleicht exportieren wir doch mal Weidelmetalle. Nee, wir haben keine 100, die wir exportieren können. Und der fährt scheinbar bei 100 erst los. Schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann ihm keine 100 geben. Aber wir brauchen. Ähm. Wir können doch jetzt ein paar Sachen bestellen, ne? Ja. Das ist auch eine Frage. Wie schnell geht denn das? Wenn ich jetzt sage, äh, Weltraumlift. Wir können hier 100, äh 15 bestellen. Starten. Wie lange dauert das? Bis wir die haben. Steht das irgendwo? Nutzlast, diese Rakete. We have a delivery on the space elevator. Wow. Das geht verdammt schnell. Krass. Ich verstehe halt nicht, warum ich nicht Beton oder Metall exportieren kann. Oder Essen. Okay, vielleicht gibt es davon auf der Erde genug. Aber egal. Wow. Also ich muss schon sagen, die sind sehr fleißig dabei. Eine Anomalie gefunden. Weil die schlagen natürlich alle wieder da ein. Okay, gut, gut, gut. Ist in Ordnung. So. Jetzt erforschen wir Gesteinsabfallverflüssigung. So. Wo ist... Ja, was ist das? Ach so, okay. Das ist die... Ach, das ist auch ein Wunder. Okay, wir können das nur ein einziges Mal bauen. Ein Stück Erde auf dem Mars. Diese Kuppel erhöht den Komfort aller darin liegenden Wohnorte. Außerdem wird die Besonnenheit der Bewohner mit jedem Sohl erhöht. Und 200 Beton, 100 Metall und 300 Polymere. Okay, also grundsätzlich, ich habe es ja auch schon in den Kommentaren gelesen, ist das genauso groß. Aber es ist halt schicker. Haben wir überhaupt den Platz dafür? Ach ja, hier. Ich meine... Nicht, dass wir es bräuchten, aber... Ich meine... Ja... Ja, so... Das ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, zwei Wunder gleichzeitig bauen zu wollen. Aber... Ich kriege die beiden Sachen mal raus und mache als nächstes Marsianische Urheberrechte, damit wir wieder ein bisschen Cash in die Kasse kriegen. Weil sonst sehe ich hier echt Probleme auf uns zukommen. Das Gute ist, dass das hier bald fertig ist. Und was ebenfalls gut ist, ist, dass hier drüben, da... Hier wieder einige Leute arbeiten, denen wir alle noch Überstunden aufbrummen können. Und dadurch haben wir jetzt eine höhere Produktion als Verbrauch. Das ist gut. Okay, das hier ist die mit 100 sind auch kein Problem. Das ist auch kein Problem. Aber... Aber... Egal... Weil hier haben wir ja jetzt quasi den wunderschönen Netzwerknoten und die Forschung City. Und hier kommt dann die Arkologie rein. Hier so... Bäm... Hier... Genau. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge hier in der Mitte. Und dann hier wunderbare... Alles nur mit Luxus-Apartment voll. Das hier wird die... Die Luxus-Kuppel für die ganzen Manager. Aber auch nur für die Manager, die es sich leisten können. Okay. Ja... Hmm... Ist das ein Problem? Hmm... Ja... Durchaus. Okay. Die Ingenieure haben jetzt hier angefangen. Hmm... ich habe angst vor dem was ich jetzt tue das ist sicher wobei komm lass laufen ich meine wir haben jetzt genug hier und wir haben ja auch edelmetalle ich werden immer schön geliefert von dem her kommen das lasti machen und wir brauchen jetzt nicht unbedingt ingenieure sondern du kannst mal offiziere ausbilden da haben wir ihn mega mangel mit ein paar offizieren dass das leben direkt besser machen wir doch einen kleinen polizeistaat ganz ganz winzig klein so hier machen wir eine nachtschicht rein hier sind das sind auch die mega luxus apartments die die hier unten haben also ich will hier bloß kein gemäck gehören ich sehe gerade dass wir hier noch ein edelmetallextraktor haben oh wie sieht es hier mit dem vorkommen aus plus 25 prozent ist doch eine gute idee ach das ist nicht innerhalb der reichweite des drohnen ja haben wir überhaupt schon mal die kleinen hier gebaut ne 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 auch kein mensch ok ich lass mich überhaupt nicht ablenken oder so ne der ausgräber so und hier ne ok ähm der drohnenhub droney 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 hub wo bist du denn hier droney hub ich würde sagen hier ist ganz gut oder wir nehmen den dahin und der ist dann so ein bisschen exklusiv das durch quatsch wir bauen den mal dahin der braucht acht elektronische geräte aber wir haben 22 das sieht ganz gut aus was wir dann aber auch machen können und auch machen müssen was okay die sind sehr fleißig holy shit jetzt weiß ich wenigstens wo diese zahlen herkommen vor ein paar folgen hatten wir noch massive metallprobleme und jetzt okay die eskalieren vielleicht ein bisschen ok gut wo war ich hier zehn drohnen sollen die bauen die hier sollen das zeug für die drohnen bauen so und dann kriegt er zehn drohnen dazu wenn er fertig ist dann brauchen wir noch laser resources are low ja aber erstmal ausschalten nur damit er schon mal da ist ja die produzieren wahrscheinlich auch schon wie die weltmeister kater irgendwas habe ich noch so eine einfallsrichtung vom asiana plus zehn auf dem mars geboren ok also eigentlich sind die schon recht happy gut der alkoholiker mit seinem kater mein gott man kann sich halt auch über alles beschweren ich habe einen kater weil ich gestern viel gesoffen habe scheiß regierung in dem fehler bin ich jetzt hier die regierung eins zwei ok paar fehlen noch aber ich glaube das könnte was werden ein universallager könnten wir hier noch brauchen ein universallager vielleicht sogar auch mal wieder ein größeres das hier ist das größte wenn man bedenkt wie klein die kuppeln hier sind dann ist das schon echt süß ne wie groß sind jetzt eigentlich die mittleren im gegensatz zu den kleinen ja die sind schon relativ groß mikro kuppel mikro aha trigon ganz schön groß mega trigon kuppel wow ok die ist auch ziemlich groß und die zylinder kuppel natürlich nicht zu vergessen ich finde das cool mit den ganzen kuppeln mag ich wir sollten hier noch eine statue von mir hin bauen irgendwo wo platz ist hier ist platz genau wenn die leute hier in die stadt kommen dann können sie direkt eine statue von mir sehen und hier auch das ist so du kommst hier raus und sie ist dann direkt eine statue von mir und da hier vorne ist noch ein kleiner platz wo du dich dann hinknien und beten kannst oh shit ey oha da haben die drohnen aber die shuttle jetzt ganz schön vorgelegt respekt das hier ist fast fertig erforscht das ist schön ja gut also es geht voran ich würde sagen der grüßenwahn äh hat gesprochen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge surviving Mars bis dann tschüss bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.